Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Techniques auf Nintendo Switch, nachdem ich gestern, vorgestern so erprobt aufgehört hatte, weil ich ganz vergessen habe, oh, wir haben die 15 Minuten schon überreicht, äh, überschritten. Ja, hier sind wir wieder zurück bei Pokémon Techniques auf Nintendo Switch mit mir von der Game Pass als Hobby auf den Weg vielleicht in Gruppe C3. Kommt natürlich auf unser Glück drauf an, was wir gegner finden. Dies ist Computer, also Aufnahme Stopp. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir jemanden gefunden haben. Okay, da haben wir sogar schon einen. Es ist der Tommy, auch wieder mit einem Lucario. Gruppe D3 aus Frankreich allerdings. Und ein 51 Sieger. Keine Gruppe B3, wie vorgestern. Statt ein BMD. Schauen wir mal, ob wir immer hinten kriegen. Das war ja mal gar nichts. Das war ja mal. Oh, hat nicht mehr gereicht und konnte, um blocken Brücken. Schade. 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 Oh. Darf ich wahr sein? Luca, da macht mir echt Sorgen irgendwie. Oh, auch wieder knapp vorbei. Hmm, hmm, hmm. Roll. 1-1, wer sagt's denn? Mann. Oh, diese Lucarius, Wahnsinn. Ja, hast du auf damit? Oh. Nein. Ey, der hat nicht mehr so, der hat kaum noch um KP. Das gibt's nicht. Ich fass es nicht. Ich kam nicht mehr an die Rang. Scheiße, nee. Gut gekämpft, Tommy. Good game. Tja, Aufstiegsrunde wieder weg. Schade. Also, die Nähe der Aufstiegsrunde ist wieder weg. Ja, das hat mich jetzt viele Punkte gekostet. Na gut. Hmm. Wen haben wir jetzt? Wen finden wir da? K-Anon, Gruppe C5. Aus der Amerika. 1.575 Siege. Robot. Ja, geil. Jetzt geht's wieder bergab. Jetzt... Unser Glück hat uns verlassen vom Gegnern her. Jetzt kriegen wir lauter... ...doofe Gegner oder erfahrene Gegner? Eins von beiden. Und dann muss ich diesen Versuch. Gäste. Ja. Also, wir brauchen noch ein Leti. Ja, wir brauchen noch ein Punkt. Ja. 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 Wir brauchen noch ein bisschen如ge. Ja. Wir brauchen noch ein paar Mal. Wir brauchen noch ein paar Mal. Ja. Und dann muss ich die aux Ebene. ja komm schon Jawoll! Alter, nee. Gibt's doch nicht. Hat mich da noch getroffen. So Mist. Na, ja, ja. Ist doch gut, ey. Na, töd ich. Okay. Dann halt so. Okay, da hab ich jetzt wiederum gewonnen, also das ist echt eigentlich bei mir immer wieder. Guter Kampf. Good battle, good game. Good fight. Nicht battle. Gut fight. Jetzt hab ich das richtige Wort eigentlich wiedergefunden. Plus 100. Okay, nächster Kampf. Wen finden wir? Von wem dürfen wir uns verprügeln lassen oder wen dürfen wir verprügeln? Und da haben wir auch schon unsere nächsten Gegner. Wen haben wir da? Ja. Ein Bill Zipper aus Deutschland. Hallo. Gruppe D5, Siege 50 und Gengar. Greif an, sagt er. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja hier durch. Aber mal wieder jemand aus Deutschland. Servus. Was? Oh, er hat. Wollt grad sagen, schlechte. Okay. Er hat auf jeden Fall ultra schlechtes Internet. Also. '. und da ist er rausgegangen verbindung zum gegner ist abgebrochen ja 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 wir sehen uns beim nächsten wieder mal wieder aufnahmen stoppen ist ja klar so da haben wir unseren nächsten gegen 18 sieg und warten und fast computer kampf aus italien lords tank siege 258 und korte gemeiner gegner lauter fernkampf wenn man das was du sagen darf sie hat sich sehr hübsch gestaltet ihr arbeiter okay habe auch fernkopf wui wui Ja, Teng klingt ja eher männlich. Nope. Oh ja, fertig. 2-0. Thanks for playing. Good fight, Lord Teng. Beautiful Avatar. Spotfight. Okay. Sehr gut. Ein Kampf wird noch gehen. Denke ich mal. Aufstiegsrunde ist schon wieder nah. Oh. Sehr schön. Das war auch mal wieder ein guter Kampf. So, mal schauen, ob wir noch einen finden. In diesem Teil. Aber ich denke mal schon. Weil ansonsten mache ich ja Aufnahmenpause und dann finden wir auf jeden Fall noch einen. Komm, Kampf. Okay, also bis gleich. So, da haben wir unseren nächsten Gegner. Der Tommel aus Frankreich wieder. Der uns sehr, sehr knapp besiegt hatte. So, mal schauen, ob wir ihn diesmal kriegen. und dann mit zwei. Ich hab sie nicht. Erier, wenn wohl um einen T-Mio zu finden. Ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Sie haben sie nicht. Also müssen wir uns selbst. ok 1 0 bei die hunde ging ja fix war schule tommy und die kamera blieb voll weiter hinten ich war zu schnell für die kamera blieb gut gut sehr schön da haben wir unsere revanche gehabt sehr schön hier sind wir 15 jungen das heißt das war es heute wieder ob man technik ist auf nintendo switch und es geht heiß her richtung gruppe c3 ich hoffe wir schaffen das war sehr durchgemischt eigentlich so vorgestern heute von den siegen niederlagen war sehr gemischt aber doch mehr siege mittlerweile wieder sehr schön schaltet wieder übermorgen ein kommt wieder hier verkehrst kein daumen hoch und ein abo und dann viel spaß weiterhin trotzdem auf youtube und guckt auch mein anderes place und das da oben da weiß man sich ja auch selber mal hier drinnen